Dass der australische Hersteller Sud auch klassische Laufschuhe bauen kann, das zeige ich euch jetzt mit dem Modell Banyan. Immerhin ist auch bei diesem Modell das Schnürsystem schon asymmetrisch angeordnet, passt sich also dem anatomischen Verlauf des Fußrückens an und sorgt so für eine optimierte Passform. Das gesamte Obermaterial ist mit äußerst grobporigem Meshgewebe überzogen, sodass dieses Modell auch sehr atmungsaktiv ist. In die Zwischensohle eingearbeitete Z-Bound-Elemente absorbieren die Aufprallkräfte bei der Landung und sorgen für guten Abdruck. Und damit die Abdruckphase auch effizient eingeleitet wird, unterstützt hier die E-Span Mittelfußbrücke. Die robuste Außensohle mit viel Grip macht den Banyan auf vielen Untergründen einsetzbar. Ja, liebe Läuferin, vielleicht ist ja der Banyan genau der richtige Schuh, um mal in die Sud-Laufschuhwelt einzutauchen. Und ihn, sowie alle anderen Sud-Modelle, könnt ihr in unseren Runners Point Filialen bekommen oder hier im Shop bestellen unter www.runnerspoint.com. Untertitelung aufgrund der Audioqualität nicht möglich ist,